Wenn wir noch ein paar Minuten, jetzt geht's. Machst du oder ich darfst? Nein, ich bin das festgegeben. Drum schieben. Jetzt muss man die erste Anrufe erwischen. Fünfte. 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 Machen wir hier. Dann werden wir runter. Ich steig jetzt nicht mehr so. So. So, wir haben jetzt gerade ein rot eingetriebenes Seil, das hinten ein festes Ende hat. Jetzt weiß ich nicht, ob es besser ist als ich, wer das entwickelt wird. Das ist fest entspannt. Auf der einen Seite haben Sie einen Erreger. Und hier haben Sie die Grundfrequenz. Das heißt, dass man eine stehende Welle mit, das ist die halbe Welle, die Sie sehen. Ja? Da haben wir die Grundfrequenz. Wenn du umrückst, ist wieder eine stehende Welle, die liegt. Bei der Doppeltrequenz sehen Sie jetzt in der Mitte eine Knochen. Hier in der Mitte eine Knochen. Und dann ist da das zweite Nachhinein. Das ist also jetzt sozusagen, die ganze Länge ist jetzt die Welle-Länge einander. Wenn Sie hier nicht so haben. Wenn Sie das wieder umrückst, jetzt ist das, ja genau, jetzt haben Sie da zwei Knoten. Das ist jetzt die Knochen. Wie kannst du erzählen, von hier? 1, 2, 3, 4, 5 Kronen. Das muss auch schon langsam, jetzt muss man so wie 50 jetzt. 60 Kronen, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 4, 3, 1. 6 Kronen, 80 Kronen. Sie können ja verstehen, dass wir das in der Seite hier nicht mehr demonstrieren können. So. 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 jetzt muss es, die Sättere. So, jetzt muss es hier sein. Also, jetzt muss es sich um ein Kunde hinbekommen, ein Kunde hinbekommen. Vielen Dank.